Also ich kann sagen, jetzt bin ich Orgelistin und nicht nur Klavier oder nicht nur Pianistin. Orgel kann ich wie Orchester spielen mit Register. Das ist eine Klangwelt, die ist wirklich wahnsinnig breit, also als Klavier. Ich bin eigentlich Pianistin, aber von irgendeinem Weg her bin ich Organistin geworden von einer Gemeinde. Und da habe ich schon ein Anliegen, ich möchte richtig studieren. Und also wie gesagt, Orgel und Klavier ist Tasteninstrument. Tasteninstrument kann ich gut beherrschen, aber mit Orgel, mit Pedal und auch Register und Pfeifen und so, das ist auch sehr anderes. Ich wollte mal wirklich richtig lernen. Es gibt aber auch sehr nette und sehr kompetenten Dozenten und davon auch lernen darf, das ist auch schön. Ich fühle mich sehr wohl und geborgen und bin ich richtiges Ort, die richtigen Ort.